Ihre äußere Verteidigungslinie ist durchbrochen. Lasst uns die Stadt vernichten. Kaufen wir in Sicherheitsarbeit was Nahrung selber. Sofort! Ein Karren wurde ausgesandt. Und schicken weitere Güter an Juhar. So, jetzt kommt wieder Nahrung rein. Sehr schön. Oh, den Steinmetz, da sollte ich auch noch fertig ausbauen. Und jetzt müssen wir, wie gesagt, auf Holz warten. So, noch jeweils einen Trupp. Kann ich? Ja, dann haben wir eine Armee. Und können mit der mal ausziehen und die Stellungen von Crimson Sabbat leer machen. Und auch die Seltner da ausmerzen. Ein Karren ist angekommen. Er bringt Güter von weit her. Ja, Fisch. Ah, wie gesagt, das mit unseren Holzfällern ist halt gerade doof. Dass die so weit laufen müssen. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Gut, genug um das abzuquäden. Und wenn die nächste Holzlieferung kommt, dann Tavernen. So, ich habe eine Armee. Schon unterwegs. Auf euren Befehl. Sofort. Auf euren Befehl. Jawohl. Oh, hier können wir die... Doch, wir können hier eigentlich durch. Jawohl. Ne, kommen wir nicht. Okay. Äh, Moment mal. Das Gebiet ist abgeriegelt. Alles klar. Also dieser Teil des Gebietes ist abgeriegelt. Ah, ich brauche aber mehr Holz. Okay, dann kann ich den mal Wurst schicken. Ein Karren wurde ausgesandt. Auf euren Befehl. Mehr Holz. Auf euren Befehl. Dann geht ihr mal da oben hin und dann greifen wir eben die Banditen von oberhalb an. Der ist wahrscheinlich eh vorteilhaft damit, unsere Bogenschützen. Ich würde fast aber überlegen, ob ich hier draußen nicht doch noch einen Holzfäller platzieren soll. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Flutsch. Ja, jetzt klappt wieder alles ganz gut bei uns. Wie ihr wünscht, sofort! Wir nehmen das Territorium hier ein, um an den Fisch zu kommen. Wir haben ein Territorium eingenommen. Kann ich den Fisch einfach hier hinbauen. So. Ja, Weizen für die eine Bäckerei mehr als ausreichend. Für zwei wäre es zu viel. Ja, wäre es zu wenig. Zwei wären zu viel. Auf euren Befehl. Wie ihr wünscht. Verstanden. So, dann sagen wir denen hier mal Hallo. Verstanden. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Ein Jäger sucht vergeblich nach Jagdwild. Ja, das ist der hier. Wie ihr wünscht. Nicht aufgeben! Nicht aufgeben! Zum Angriff! So, und jeder, der noch was hat, das Ding anzünden. Auf euren Befehl! Gut, die Banditen sind weg. Verstanden! Verstanden! Sofort! Unsere Verbündeten werden angegriffen! Hier mal zurück. Schon unterwegs! Alles klar! Habe ich jetzt beim Angriff auf die Banditen einen Trupp Schwertkämpfer verloren, ne? So, die beiden ausbauen. Oh, und jetzt kriegen wir Holz. Das ist gut. Da können wir jetzt nämlich... Unsere zwei Tavernen errichten. Wolle kommt auch rein für die Weber. Können aber mal wieder... Ein Karren wurde ausgesandt. Achso, der Gütersammler muss erst zurückkehren. Ja, gut. Verstanden! So, dann wählen wir mal das ganze Armee wieder aus. Schon unterwegs! Oh, eine Ruine. Schon unterwegs! Die heimsen wir uns mal ein. Sofort! Verstanden! Unsere Armee schicken wir mal hier an die Kreuzung. Jawohl! Das wird am vernünftigsten sein, würde ich mal sagen. So, Tavernen ausbauen. Ein Jäger sucht vergeblich nach Jagdwild. So. Ei! Ja, mitproduzieren. Hm. Da noch eine Räucherei hin. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Ja, ich muss den Weg nehmen und dann hier runter, wahrscheinlich. Schon unterwegs! Weil ich glaube, der bringt mich bei... Ne, ich kann den Weg hier runter nehmen. Alles klar. Auf euren Befehl. Auf euren Befehl. Der bringt mich zwar auch so halb direkt an Quimson Sabbats Hauptlager vorbei. Aber noch nicht ganz so sehr. Also ja, ihr Hauptlager ist hier und hier hat sie auch jede Menge Trebuchets stehen. Nicht aufgeben! Jetzt verbünden sich die Löwen mit Quimson Sabbat gegen mich. Stürmt los! Stürmt los! Kämpft weiter! Stürmt los! Zum Angriff! Auf euren Befehl! Hier hat Quimson Sabbat ihre Hauptarmee. Auf euren Befehl! Immer überall brechen hier. Schon unterwegs! Mauerteile ein. Das ist nicht so szenen. Sofort! In den Kampf! Jawohl! Jawohl! Schon unterwegs! Kämpft weiter! Sofort! Ei! Ein Jäger sucht vergeblich nach Jagdwild! Könnt ihr bitte die Nacken vertreten? Angegriffen! Danke! Wie ihr wünscht! Auf euren Befehl! Sofort! Wie lang noch? Na, ein bisschen noch, dann... Habe ich dich... Ja, dich habe ich auf Maximum. Habe ich dich? Nein, dich habe ich noch nicht auf Maximum. Und dich müsste ich auch noch ausbauen, bitte. Unsere Truppen werden angegriffen! Jawohl! So, holen wir uns Ersatz-Truppen. Jawohl! Alles klar! Das heißt, wir müssen noch den... ...den Bereich säubern, glaube ich. Verstanden! Oder ist in dem hier auch noch was? Wie ihr wünscht? Nur Patrouille. Mein neuer Titel ist es wert, mit einem Lied gewürdigt zu werden. Auf euren Befehl! Okay. Jawohl! Komm, schicken wir mal alle Wollklamotten, die wir haben. Weil wir haben genug Wolle jetzt mittlerweile. Jetzt läuft die Wollproduktion ja richtig. Und wir können... Oh, da wäre auch sehr viel Holz. Schön viel Holz haben. Unsere Badehäuser errichten. Wir müssen aber zwischendurch mal die Kirche ausbauen. Schon unterwegs! Schon unterwegs!